Sein Kuppel hat mich vorhin angestresst, der sagt, ich war letzten Montag auch hier, da war nicht so viel los. Ich sag so, ja, Montag ist gar keine Show. Willst du mal deinen Namen sagen? Aber ich hoffe, du hast trainiert. Mik? Oh, wer hat euch einen Namen gegeben? Was machst du, Mik? Italienisch, Italienisch. Mik, ich heiße Serdar. Wie geht es dir? I love you, du bist voll nett, aber der unerotischste italienische Name, den ich je gehört habe. Morgen der Typ kommt mit Hufschwung, hey, ciao Bella, wie heiße du? Und die sagt, Antonella und du, Mik, alles klar, das war's. Alles klar, mach die Tür so hoch von außen. Ja, aber Mik, ich will Fick, Spaß. Sehr schön, kommt öfter vorbei und nächstes Mal pünkt dich, dann habt ihr auch Sitzplätze. Okay, schön, dass ihr da seid jetzt. Wie bitte? Bruder, komm Montag, dann kannst du sogar selber auftreten. Hallo, mein Name ist Mik. Ich will euch alle Fick.